Sportlerinnen, SchriftstellerInnen und SängerInnen überrascht. Viele junge Stars haben in der Schweiz bereits Vermögen in zweistelliger Millionenhöhe. Blick hatten über Blick auf die Liste der 1.00 reichsten Personen unter 4.00 Jahren der Schweiz. Ist ein neuer Spitzenreiter aufgetaucht. Frederica Nauert mit Tenemba münd zwischen 2.8 und 2.9 Milliarden Franken offen. Ich stelle Menschen der Welt. Anauert ist nicht nur er, sondern Chef der berühmte Nuren-Marketag. Heuer die Zulfen gehört. Teins 5.00 Mitarbeiter beschäftigt und einen gängigen Umsatz von 6.80 Millionen Franken erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahr konnten 2.5 Personen oder jeder wirte trotzdem günstiger Börsen- und Weltwirtschaftsbedingungen ein Vermögens. Er Supersportler der Basketballspieler Clint Kepler führt die Liste mit Tenemnettovermögen zwischen 5.00 Millionen. An ihm folgte der Autoroyer 2.00 und 5.00 Millionen schätzte. Dann wird es wieder sportlicher. Auf die Fußballer Ivan Rakitic, Granitx-Account, Diego Benacchio können sich über Bankkonten zwischen 2.00. Aber ihre Einnahmen des Popstars werden auf 2.00 bis 5.00 Millionen Dollar geschätzt.